hallo leute willkommen zurück bei folge fünf war das jetzt vom paradise arena mit dabei sind wieder die normalen und die challenge heute ist dass wir unseren jeweils schlechtesten champion spielen müssen also vom level her ist das die klappe so bei mir ist imani mit level 1 glücklicherweise imani ist kein weiter wie das aussieht der will zwei level zwei level drei ich habe das höchste level ja ja diese 10 sekunden fühlen sich wie eine ewigkeit an wenn jeder schon gepickt hat hoffentlich haben die kein tank oder sowas schul ist ja oder kein healer gut sie haben die ammoji die kann halt haben die ammoji ach hier sagt gar nichts hier kann alles passieren egal mit welchem champ die machen jetzt fertig wo kann ich diesen coolen raum heraus welchen dem was du hast das ist wenn du master erreicht hast okay das finde ich voll cool aus ich habe recht noch nicht gespielt in diesem spiel ich finde ich finde die ja und platin sieht auch cool aus aus der zorn hat das war storm hat ja ja das war es geht alles doch plan sich so als hätte ich plötzlich unendlich wie schaden ich kann ich kann ich kann das nicht ich mag ihn ja zappt er ihn da und aber hier ist ja kein ammoji oh shit digga was war das es war so panic gerade aber ihr habt ihn oder so alter es war so low grad von mir der drohe es war so leuchtet ihn wegrünen können also wieso macht er so viel schaden auf distanz oh fuck ich bin verwurzelt ich bin verwurzelt das war echt knapp die paketen kamen schon ja das habe ich gesehen jetzt schon sein drachen nach der scheiße wie es hält ich habe mein drach leider noch nicht Ist der Drache weg? Schon tot? Lol. Ich weiß nicht, ich hab den ganzen Tag drauf geschossen. Nice, sehr schön. Oh fuck, sorry. So. Oh fuck, hinter mir Svear. Oh man, die Mania hat mich gekillt. Schnell tötet ihn. Ja, nice. Alter, das ist ein lustiges Battle, weil es keinen Tank gibt. Alle fallen die ganze Zeit, wie die fliegen. Ja, die seh ich doch. Geil. Die ändert auch die Perspektive, wenn du dich anders stellst. Ich bin sofort wieder da. Nice, sehr schön. Klasse Cap. Ich mag Furia. Furia ist doch ziemlich cool. Dein neuer Main-Deck wie... Hä? Oh, ich hab doch F gedrückt. Ich glaub, das haben wir im Nachhinein dann gehört. Ach nein. Da wird sich aber mal ganz schnell sooß. Ähm, komm zurück, Talos. Ich versuch's. Ach, dankeschön. Nicht aus der Ender-Deck. F und Rest-Lick. Ach, scheiße. Ich hab Backe finisht da dann. Naja. Oh nein, er hat mich gesehen da oben. Ich hab 1000 Credits, was würd ich mir holen? Hm, nach Morat-Schön. Na, Schütz. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. Hm. Hm. Wer einfach saved, oder wohl? Das ist das wichtigste. ich verstehe es nicht wieso back über so eine große distanz so viel schaden macht ich glaube bei dem ist egal für die distanz schießt was im was macht meine ulti eigentlich uns alle stärke machen so eine damage also am besten am anfang der runde reinhauen oder wenn ich fast verreckt und dann das gibt ja genau die immunitäts moment sehr schön oh nice ich bin schneller nein das war uns zurückziehen wir dürfen nicht allein rein rein die machen es auch die ganze zeit so ich mache jetzt ist dann glaube ich fein die hat nichts gekostet rein da ist der job ist es tut oh man ich bin gestunnt ey das ist doch scheiße der bullshit achtung über euch nicht gestorben aber ist was wir kommen gepusht ist besser wenn die ultis immer selben okay weil es haben alle und ist das ordentlich nicht auch nicht obwohl es so viel auto immer zu trotzdem schwer zu leben ich weiß nicht das links krieg treffe ich halt nicht oder das kuh sagt mir aber wenn ich holten zwei autler okay gleich mehr einfach zusammen punkte back was tot jetzt mach jetzt aua ok das hat geklappt ist okay ich wollte eigentlich hoch zu imani aber ich hab's nicht gesehen hilfe moji ist fast tot sehr nice ah hilf moji war hinter uns also nicht hinter uns aber ja so zu blick mache ich mehr schein als moji sehr schön bleibt mal auf dem punkt ich glaube du brauchst weniger als ein schuss du weißt dass wenn du getötet wirst stirbt denn krache ja ich weiß deswegen bleibe ich hier ich kriege ihr euch hin ich verteidige dich nein ok turk hab dich verteidigt nice danke wir haben das für den moji aufmerksam haa da konntest du nicht helfen haa ok stop moji ich habe meine lege steht da einfach so obvious und ich kriege mich nicht doch ich hab mein leben für dich gehofft ja ich hab's gesehen wofür hat auf jeden fall sehr viel golf weil es war gerade echt knapp back fast tot hm schichert meine Leute aber was macht so viel schaden ich verstehe das beim bank nicht ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn ich habe ihn er ist tot voll sterben das dauert ja drei jahre das dauert ja drei jahre das dauert ja drei jahre er ist tot sehr nice so und imani ist auch tot zum ersten mal ok triple kill mit plattox läuft bei dir gott i can ok jetzt war es die last hit so ist das ja reicht doch ist das der aufgabe des flanks jetzt stimmt nein oh gott danke natürlich renne ich einem direkt den bug in die arme durch den oh dankeschön ah scheiße ja tut mir leid bin gerippt ok ich bin wieder auf dem weg ok ok joggst du tot ich geh zum punkt ich versuch zum punkt ach scheiße ich wollte geslow ich schaff schon ok komm schon jetzt pushen wir durch oh gott nice ceiling der healer hält wirklich richtig krass boah das war grad wirklich krass Batman payload ich jetzt ultet er nein ultet nicht ach so der wollte ich ich wollte ihm ausweichen so richtig cool oh rip schade aber egal die haben auch die drohers ulti weniger also schnell der bug ist tot nice das schafft ihr als ob wir das pushen komm den kriegt ihr down oder mhm ihr schafft das ihr schafft das ja nice haha geil einfach doch geschafft ja die ulti nehme ich zurück war doch gut dass du das überlebt hast ja ich hätte niemals gedacht dass wir das nur pushen ja das war ja overtail nice aber scheint es ja ganz gut mit talis klar zu kommen hauptsache moral boost 3 ja auf jeden fall haha schön die ulti scams also ich meine talis ist halt kein schwieriger charakter und er ist auch nicht mal bevorzugt aber es geht eigentlich also er ist schon ein starker ja auf jeden fall also auf hayelo wird er oft gespielt ja auf jeden fall ich meine ganz sonst durch seine kuh also wenn ihr mal wer kann das einzige was mir nicht gefällt ist dass er halt nicht in die höhe kommt ja leider nur mit der ulti genau ja keine keine vertikale mobilität ne so jetzt haben die aber comeback mechanik stimmt verdammt das lassen wir gar nicht erst zu das ist glaube ich ein bug hab den zorn gestunt zorn gestunt zorn gestunt ist der nice ich hab die falsche tasse geblicken ich hätte meinen F noch zu sagen vorsicht ja wieviel schön hast du da gleich raus gehauen einer tut gleich zonen der zappt halt ins zonen gleich ich hab ihn gehört hinter uns ja warte ich komm zu dir schnell töte ihn hab ihn das ist sofort am knapp alter sorry es hat ein bisschen gedauert ich töte kurz dann sehr nice ja das war's für die oder noch nicht oh sehr nice ulti sehr schön Kester stirbt jetzt auch haben wir es geschafft ja wir haben es geschafft ja wir haben es geschafft hallo Punkt ja alter Digga wir haben es geschafft wir haben es geschafft geiler hast du auf den Punkt ja 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 jetzt wird quadrack kill ja 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 schön dass du da halt so fängt immer das beste Highlight an oh ist aber gut gewesen dass du da reingeholt hast gute Sache halt der flatus land schnell boah hier die hingelegten Kills jetzt kommt alle karten wir nicht gezeigt gg die Runde hat Spaß gemacht ja die hat Spaß gemacht die eine wo wir nicht verloren haben ja läuft na gut dann würde ich auch sagen was schon wieder wer reingekommen oder was achso der Storm der Stormy jetzt ist vorbei schön gespielt ja gleichfalls macht ihr eure Abmode alleine ne kommt doch rein raus oder mir ist eigentlich egal wir können das doch alles zusammen ja eigentlich am besten der der die Ankündigung gemacht hat finde ich sollten wir vielleicht mal festlegen tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.